Das ist die Geschichte von Anna und Willi. Anna und Willi sind seit drei Jahren glücklich zusammen. Mit der Hochzeit wollen sie noch etwas warten. Bei einem Spaziergang durch die Stadt entdecken sie eine Wohnung. Nein, die Wohnung, nach der sie schon so lange gesucht haben. Wie bei ihnen selbst ist es Liebe auf den ersten Blick. Sie wissen sofort, das hier ist ihre Traumwohnung. Diese und keine andere muss es sein. Leider sind die zwei nicht die einzigen, denen es so geht. Was nun? Ihnen wird sofort klar, sie müssen schnell sein. Sie müssen schnell Klarheit über die Finanzierung bekommen und alles für den Kauf bereit haben. Aber wie? Dann fällt Anna der Finanzierungsberater ein, von dem ihre Schwester so begeistert war. Anna erinnert sich. Ihre Schwester erzählte begeistert von der großartigen Beratung mit einer riesigen Produktauswahl, mit der sie am Ende das genau zu ihr passende Angebot gefunden hat. Alles in allem war es ein einfacher, transparenter Prozess mit sofortiger Zusage der Finanzierung. Nun sitzen Anna und Willi beim Berater und erklären ihre Situation und ihr Vorhaben. Ein bisschen aufgeregt sind sie ja schon. Schließlich finanziert man nicht jeden Tag eine Wohnung. Das Gespräch verläuft in angenehmer und entspannter Atmosphäre. Der Berater scheint sein Handwerk zu verstehen. Anna und Willi sind erstaunt, wie viel es doch zu beachten gibt und wie viele Möglichkeiten sie haben, eine Finanzierung zu gestalten. Als der Berater ihnen dann aber mitteilt, dass eine Finanzierung ihrer Traumwohnung auf jeden Fall möglich ist, fällt ihnen ein großer Stein vom Herzen. Jetzt muss es besonders schnell gehen. Anna und Willi sind nämlich erst zum Berater gegangen, nachdem sie die passende Immobilie gefunden hatten. Und sie sind definitiv nicht die einzigen Interessenten. Die Finanzierungszusage muss also relativ schnell geschehen. Damit die beiden Gewissheit haben. In Metropolregionen besonders. Diesen Fakt berücksichtigt der Berater sofort. Mit Hilfe von besonderen Ansichten und Visualisierungen erklärt der Berater Anna und Willi einfach und übersichtlich, warum die vorgeschlagene Finanzierung die für sie passende ist. Es ist doch gar nicht so kompliziert, wie sie befürchtet hatten. Der Berater hatte definitiv die richtigen Tools zur Hand, findet Willi. Aber jetzt erst mal ab nach Hause. Anna und Willi sind zu Hause. Puh, das waren ganz schön viele Informationen und Begriffe. Alles gar nicht so leicht zu verstehen. Und dann noch diese ganzen Unterlagen, die sie besorgen müssen. Zum Glück hat der Berater ihnen FIN freigeschaltet. Sie loggen sich ein und sehen ihre Finanzierung, die sie mit dem Berater besprochen haben. Hier können sie auch noch einmal nachvollziehen, warum das Angebot so gut zu ihrem persönlichen Lebensplan passt. Hm, das macht die Entscheidung leicht und gibt ein gutes Gefühl. Jetzt, wo sie sich gut dabei fühlen, die passende Finanzierung zu haben, ist es wirklich so einfach, die Zusage zu bekommen, wie der Berater gesagt hat? Freunde hatten lange Bearbeitungszeiten und Berge von Papier einzureichender Unterlagen erwähnt. Aber es stimmt. Nur schnell die Prüfung autorisieren und im Handumdrehen halten Anna und Willi eine verbindliche Kreditzusage in den Händen. Da wird der Makler aber staunen. Und so ist es auch. Anna und Willi waren die entschlossensten und die schnellsten in der Finanzierung. Das sind die Zutaten, die Wohnträume wahr werden lassen. Untertitelung des ZDF, 2020